Hallo, hier ist Martin von Manni-Monkey, ist das die DAX-Analyse für den Donnerstag, den 3.3.2022 und unser Mieze-Ketzen ist zum Mittwoch jetzt mal nach oben gesprungen. Wir haben gestern darüber gesprochen, die Varianten über die Option, Doppelboten, 13.800, wir haben darüber gesprochen, wenn das bricht und so weiter und so fort. Man sollte sich an der 13.800 orientieren, um dann entsprechend oben oder unten folgen zu können. Unten sollte er bis 700, 6.50 und auch tiefer, wir hatten hier noch 4.50 sogar noch mit eingenommen. Das hat er zum Start sogar probiert, also wer da jetzt sagt, Martin, du hast ja gesagt, unter 13.800 kann der DAX runter, der hat das auch richtig verstanden, das war tatsächlich auch so gemein. Also, wenn der DAX hier unten raus, der hätte auch locker durchziehen können, hat er aber eben nicht, sondern hat sich hier unmittelbar ausgekontert und sich dann über 13.800 weggestreckt und das dann auch ganz gut verteilt. Der hatte hier so eine Range dann geschlagen dazwischen und dann konnte man dann schon so ein bisschen erkennen, okay, wenn da jetzt die 8.80, 8.90 oben dann mal fällt, dann würde er wahrscheinlich ein bisschen mehr oben raus machen, bis 14.100 und so weiter und das hat er getan. Also, unten quasi Fehlausbruch gemacht, oben könnte man schon zwar sagen geliefert und deswegen steht jetzt erstmal noch ein Doppelboten, auch wenn es leicht versetzt ist, ist es trotzdem noch legitim, weil im Tageszeit merkt man den Unterschied gar nicht, also als Doppelboten ist es durchaus legitim und könnte uns jetzt hier eben zum Donnerstag auch tatsächlich auf der Oberseite noch ein bisschen Programm bringen halt. Also, das wäre durchaus nicht unüblich, wenn der Herr jetzt hier einfach noch ein paar Punkte holt und auf der Oberseite noch ein bisschen was versucht gut zu machen. Im Zweifel reicht ihm ein Stundenschluss über 14.100 vollkommen, um dann da wieder entsprechende Anschlusspotenziale zu aktivieren und die nächsten Ziele. Und die nächsten Ziele, die sind dann hier im Bereich um 14.270, ja und dann schon 14.450. Das sind so die zwei großen Stationen, 14.270, 14.300 und die 14.445, 14.400 halt, ne? Bevor dann sogar auch wieder ein Gap-Close hier interessant wird, ne? Also von daher würde ich schon sagen, alles was über 14.100 geht, hat zum Donnerstag definitiv Platz auf der Oberseite und dann kann er auch wirklich ein paar Stunden durchtreiben halt, ne? Dann kann er wirklich ein paar Stunden langziehen, das sollte man nicht unterschätzen. Ansonsten ist unterhalb für unseren DAX natürlich dennoch noch das Risiko da, aus Wochenebene und so weiter und so fort. Das heißt ja, eine 13.800 ist Stand hier immer leicht erreichbar, schnell erreichbar. Das Einzige, was es braucht, ist dafür einfach wieder irgendwie eine Meldung, die hier Dynamik in die Verkäufe reinbringt und zack steht er wieder unten. Das ist natürlich schwierig, da irgendwo ein bisschen abzupassen, wo grenzt sich's ab, wo fang ich an, wo hör ich auf. Hier wäre so ein Unterbieten, ich weiß, das ist sehr spät, aber so 900, 8.60, das wäre für mich so ein gescheiter Trick, um dann zu sagen, okay, wenn er das unterbietet, dann geht er auch auf die 13.800, dann geht er bestimmt auch nochmal auf die 13.700, ne? Also wenn er sich jetzt hier umdreht in dem Bereich nach dem Kontakt von 14.100 und er truppt jetzt wirklich zum Donnerstag deutlich nach unten, dann ist das sogar ein neues Tief hier unten denkbar, ne? Könnte man hier eine Achse ziehen, also eine Trendlinie über die beiden Tiefs, dann würde man hier irgendwie auf 6.50 kommen, das würde passen, ja? Also wenn er wirklich nach unten durchtreibt zum Donnerstag und sich hier auch unter 9.50, unter 900, unter 8.60, das sind so Stück für Stück immer kleine Triggerpunkte, die dann mehr Wahrscheinlichkeit auf die Unterseite bringen, locker nochmal ein neues Tief hier drunter setzen. Definitiv, das ist möglich, die Woche ist ein Bergisch unterwegs, also negativ angehaucht, angelagert, das Potenzial ist da. Ich würde mich aber eben nicht dagegenstellen, wenn der nächste umdreht 14.100 weiter lief, weil wir sind jetzt schon über 13.800, wir haben im Tagesschart schon den Doppelbutten stehen, der ist dann so, könnte man sogar fast sagen, schon ein bisschen gefestigter, der besteht schon aus drei Kerzen, das heißt, sehen wir auch hier zum Donnerstag jetzt ein Übertreiben, also, ja, hier sagt er so 3.60, im Bereich um 3.60 rum, und die habe ich jetzt hier nicht auf dem Radar, Tagesschart sagt 3.60, ich würde eher auf die 4.40 gucken, ja, aber da ist schon noch Platz auf der Oberseite vorhanden. Wenn er drüber geht, geht er nicht drüber, würde ich mich fast darauf einstellen, dass wir 13.800 nochmal sehen und dass wir auch hier unten die 6.50 mal ausloten und ein neues Tief drunter setzen, wahrscheinlich dann auch erstmal wieder nach oben zucken, weil der Markt hat wirklich viel Spaß daran, hat immer wieder von den Tiefs einfach wegzuziehen, offenbar gehen ihm da zu viele Short rein, die er dann oben wieder ausstoppen kann, das ist einfach schnell das Geld, leichtes Geld für den Markt, was er sich holen kann, auch ganz unabhängig von der Nachrichtenlage, ne, es ist ja nicht nur so, dass der Markt nach oben springt, wenn irgendwie Friedensverhandlungen sind und er fällt wieder nach unten, und wenn die gebrochen werden, bewegt sich ja auch unabhängig der Nachrichten der Ukraine hier relativ frech, kann man schon fast sagen, ne, also da schimpfen auch viele und beschweren sich über den DAX und wie er läuft und dass sie hier halt echt gut Geld liegen lassen, aber ich glaube, das macht er halt auch mit Absicht, also momentan viele mit drin hier, ne, es ist wirklich viel Aufmerksamkeit auf dem Markt, viele Leute hier mit Hebelprodukten drin rumfuchteln, das wird denen natürlich gefundenes Fressen da hin und her, ein bisschen zu eiern, und die Leute zu holen, insbesondere wenn er sie halt auch ein bisschen gegen ihre Erwartungen getrieben kriegt. Ja, und von daher, das braucht man eigentlich gar nicht sagen, können wir die Analyse hier zumachen, Knackpunkt ist für mich die 14.100, um oben raus eben entsprechend noch Potenzial da wahrzunehmen, und, ähm, ansonsten sehen wir das nicht, sehen wir den eher rumkleckern, rechne ich damit, dass wir hier nochmal 13.800 und vielleicht auch die 13.650 sehen, also, ähm, Donnerstagen sollte man Platz geben, oben wie unten, die, die haben immer viel Schwung drin, wir können nicht davon sprechen, dass wir hier einen richtig krassen, krassen Trend haben, wo wir wirklich aufpassen müssen, ähm, dass wir uns in einer Seite nicht verrennen, der ist sehr seitwitzorientiert, der Markt, seit wir wissen, dass die Ukraine, äh, von Russland angegriffen wird, das war heute auch wieder Gesprächsgegenstand, hier, das ist der erste Kurs gewesen, da war klar, die Russen sind in der Ukraine drin, und was wir seitdem sehen, ist eben nicht ein krasser Abwärtstrend, Verkaufslawinen, sondern was wir da seitdem sehen, ist wirklich eigentlich Stabilisierungsversuchen von Marktteilnehmern, den Markt irgendwie hier hochzuhalten, dann immer wieder kleine Verkaufssignale drin, dann immer wieder Stabilisierungsversuche, das ist das, was wir hier immer wieder sehen, ja Lukas, so, okay, also, ja, lassen wir so dabei, lassen wir so stehen, ich gucke mir die 14.100 ganz genau an, und, ja, treibt er mir hier runter, treibt er unter der 14, ja, so wie ich gesagt habe, 13.59, 13.900, 13.860, Stück für Stück, würde mir dann eher nach unten, Ziele auf 13.800, und eher sogar 13.56 dann noch aktivieren, ja, also, ich wünsche euch gutes Gelingen, ähm, und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss.